Liebe Welserinnen und Welser, herzlich willkommen hier im neuen Amtsgebäude Greif. Dieses Gebäude wird die Arbeitsstätte von mehr als 130 Mitarbeitern des Magistrats, insbesondere aus den Bereichen Kinderbetreuung, Volkshochschule, aber auch Kultur, Baurecht, Anlagenrecht, Gewerberecht und so weiter. Wir haben hier ein völlig neues Konzept verwirklicht, wo der Bürger im Mittelpunkt steht. Das sogenannte One-Stop-Shop-Prinzip ermöglicht es den Bürgern, seine Angelegenheit direkt mit den zuständigen Mitarbeitern zu besprechen. Dafür gibt es auch eigene Besprechungsräume und der Bürger wird sich sparen, dass er durch das Haus irrt und die richtige Stelle sucht. Diese Serviceeinrichtung war uns besonders wichtig, weil wir wollten uns als Dienstleister definieren. Wenn Sie also die Gelegenheit haben oder uns brauchen, kommen Sie und besuchen Sie uns.